Hallo Suni, hier ist Mama. Da du ja nur noch über das Internet kommunizierst, dann eben auf diesem Weg. At SuperSuni96, räum endlich dein Zimmer auf! Bei dem Saustall hilft ja kein Virenscanner mehr. Ich wär fast abgestürzt, als ich das gesehen habe. Der Speicherplatz vom Papierkorb ist voll, dein Bett braucht ein Upgrade. Alle Fenster sind offen und das Backend sieht erst aus. Ich sag nur Dislike. Papa kann auch nicht mehr darüber roffeln. Der ist kurz vorm Auslocken. Also! Wenn du dich jetzt nicht mit Highspeed zu Hause anmeldest, dann follow dir deine Mutter und dann twittert's aber mal richtig im Karton. Mit Radio erreichen Sie immer die Richtigen. Radio geht ins Ohr, bleibt im Kopf.